Tadaa! Unglaublich! Wir haben es endlich geschafft. Wir sind mit dem Bus. Ich und Khaled. Wir sind wieder da. Wir sind mit dem Bus jetzt hierher gekommen nach, wo sind wir? In eine riesen Stadt ist das. Flornapolis. Ach ja. Flornapolis oder wie auch immer. In Santa Katharina. Unsere Unterkunft haben wir noch nicht besucht. Die gucken wir uns gleich mal an. Und das ist jetzt der Strand hier. Das wird uns jetzt praktisch sozusagen erwarten heute und dann nochmal vier ganze Tage. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ziemlich ruhig hier auch. Sehr ruhig hier eigentlich. Nicht so überlaufen. Bis zum nächsten Mal. ja wir sind hier immer noch in Florianapolis und haben hier eine richtig geile Bucht gefunden das ist jetzt der Trail dahin also da kann man auch einigermaßen ganz gut tauchen und das ist auch sauberes Wasser dort also ziemlich klar und da will ich heute das erste mal meine GoPro dort ausprobieren also naja ich werde da gleich mal ein paar schöne Videos machen wenn ich schwimme ein bisschen schnorcheln die Sonne ist gerade wieder weg ein bisschen ärgerlich aber die kommt ganz bestimmt gleich wieder das ist jetzt hier so ein kleiner Dschungel Trail Fahrt und ja da war ganz nett ne ich kommt hier ah ja die soll kommt wieder raus sehr schön seht euch das an gleich guckt euch das an ich bin das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites hier in Brasilien Florianapolis wirklich traumhaft hier wirklich schön ich war schon im Wasser und ein paar Filme habe ich äh ein paar Filme ein paar Fische habe ich da auch schon gesehen ich werde jetzt erstmal ins Wasser sprengen ne alles klar bis gleich oh wunderbar yo gibt ihm schnell kommen wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 I'm Shoko, I'm diving now, I hope it's going good. One, two, three, yes! 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 Bis zum nächsten Mal.